Zentrale ES Sky Chief sind auf 25 Kurs Ost. Unser Radar ist gestört. Da braut sich ein Gewitter zusammen. Hey Nomad, gibt's dich auch noch mal? Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Was? Prophet, wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Ich hab von diesem Typen gehört. Er muss was entdeckt haben, was das alles hier rechtfertigt. Von mir aus, ich wette 50 Mäuse, dass wir nicht wegen diesem Russendal hier sind. Achtung, Team, bereit machen. Wir kriegen nicht viele Informationen. Information, das Headporter wird auf die USS Constitution verlegt. Bis dahin müssen wir improvisieren. Wo zum Teufel stecken Sie alle? Kommen! Ihr Cycle, bin gelandet und unterwegs. Chester am Boden, rücke jetzt zur Landezone vor. Aztag, ich hab Sie nicht auf dem Radar. Bitte kommen. Aztag, bitte kommen. Shit! Prophet, ich bin jetzt am Strand. Sie sind ziemlich hart aufgeschlagen. Einige Funktionen Ihres Anzugs sind ausgefallen. Ich check das mal. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche es neu zu kalibrieren. Mir gefällt das nicht, Mann. Ach, verdammter Mist! Chester, bitte kommen. Was ist mit der Aztag? Er ist tot, Boss. Was ist mit der Aztag? Ich sehe ein Ziel! Habt ihr das gesehen? Lass doch! Stirb! Scheiße, die haben Verstärkung gerufen. Feindliche Einheiten nähern sich ihrer Position. Er ist mit der Aztag? Alles, was dies ist das? was wird enden? Gute Arbeit. Sind wieder online. Kommen Sie zur Landezone. Komm raus, Feindling! Komm raus, Feindling! Komm raus, Feindling! Die Landezone wird überrannt. Zeig und ich stoß zur Signalposition vor. Ein Stützpunkt blockiert den Weg ins Tal. Um den müssen Sie sich zuerst kümmern. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017